Was macht man das? Bei wem bedankt du dich jetzt mal? Ich war grad erst auf Fass und was ist da gerade passiert? Das ist schon eindeutig jetzt! Ich hab dir mit doch die Vierecke zurück, das heißt... Ja, du Arsch! Den Ball spielt er raus! Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion! Und die Flügel! Schön! Er spielt den Pass auf den Flügel! Ja, spielen ruhig! Soares! Walaforski! Abseits! Abseits! Ich? Ich wollt grad sagen, Alter! Super durchgesetzt! Alter! Ey, das ist heute, das 15. Mal! Gegen uns geht sowas immer rein! Dass einer auf der Linie klärt! Auf der Linie! Ich mach... Ich fass es nicht! Ich fass es nicht! Ganz mal mit nem Tor! Deiner! Ja! Ein toller Pass! Mach dich! Ja! Mega geil! Mega geil! Mega geil! Mega geil! Schön, Leute! Leute mit eurem Kleid! Schön! 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 Weitere! 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 Na gut! Das war... Ne! Ja, komm! Schieß das drauf! Birki, bist du ein Hurensuch! Ja, warte! Das schweißt ja schon! Ich räum nachher hier auf, ja! Das ist ne Lüge! Du zockst dir den ganzen Tag auf! Ne, du wusstest... Du bist so ein Hurensuch! Da kommt der weite Ball auf den Flügeln nicht an! Den spielt deine Lauf! Und die Möglichkeit! Rositzki! Danke! Gut an! Ich hab den schon gefordert! Trainig! Komm! Ja! Schön! Haben wir gut gemacht, Trainier! Hör! 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 He featured dich ausgedacht, du Sprache! Das ist schweibel! He heшее, you, dude! Das ist schwer! Ja, das ist clockstisch! He he, das ist Schwä... Ist du denn noch ausgedacht, du Schlingel? Hör mal! Das einzige schwäbische, was ich wissen, meine Maul tack получlt! He bagus! Du sonst kannst Schwäbisch lachen, so... Schön, Leut! Zieh, 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 zieh! Eck 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 Eckück очкаa Komp� руб das hat schon ein bisschen zurückfallen zu lassen ich hab mich extra zurückfallen lassen hast du nicht natürlich ich bin extra langsamer geworden Rene ich nimm das auf und beweis dir das was? safe call ja mach nimm das auf sehr gut